Ich bin jetzt 80 Jahre alt. Ich will was Bleibendes schaffen. Den besten Film aller Zeiten. Einen Film? Nur mit den Besten. Lola Cuevas, die Regisseurin. Sie ist ein kleines bisschen speziell. Irre. Irre. Ivan Torres und Felix Riverdo. Sind Sie die Besten? Wie kann ich das jetzt erklären? Ich wünsche dir viel Glück, mein Lieber. Das wirst du brauchen. Ivan ist der Maestro der Schauspielkunst. Und Felix ist ein Star, ein internationaler Filmstar. Habt ihr eigentlich Kinder? Ja, fünf. Alle von derselben? Ja, ja. Alle von dem her. Sie wählen für ihr Leben unterschiedliche Wege und werden dann durch ein zufälliges Ereignis zur Konfrontation gezwungen. Du Idiot! Ignorant! Elende Missgeburt! Sagt der Jüngere, der für Geld alles tut. Genau wie du, allerdings für weniger als ich. Nein. Was? Nein, 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 nein. Dem ihn nicht auf den Sack. Ich sehe es schon vor mir, den man uns den Oscar überreicht im Dolby Theater. Meine Herren. Ich! Das war eine Übung für das Ego. Der Klüm ist mischtig! Ma! Bin soweit. Ich arbeite ja nicht wirklich zum ersten Mal mit so einem Idioten. Moment ist nicht vorbei, ja? Das Ende kommt noch. Ich arbeite ja nicht Lyndsprung... Warum?